Die Ebene will ich jetzt spielen. Oh, ich hab wirklich Schuld. Man, bin ich gut. Brauchst du keine Zeichen? Nö. Du hast da geüben bekommen. Ich bin der ganze Tag gerade einfach schon vor. Das war jetzt langsam. Ja. 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 Den habe ich noch nie mit Schuld gespielen sehen. Meinst du warum? Weil du ihn immer nimmst. Das ist so ein Latte. Oh, das war ein Fehler. Der Große. Einfach nur scheiße. Drück ihn nach oben. Mach ihn immer unten. Heu! Haha, ist nach oben der Drück. Beide greifen. zu spürt Aha. Erst mal kurz B drücken. Mal sehen, was passiert. Gar nichts. Oh, war ja schon klapp von mir. Das war nicht klar. Ich hab's im Sprung gemacht. Ah. Jetzt fast kurz. Ich glaub, auf dem Boden war das stärker. Und endend. Der ist zweimal in den Zahn. So ein Endprozent. Der war nice. Wenn du nicht so dumm bist, dann kannst du auch von ihm. Also verliere ich. Dein dumm bist, ja. Nein, ich dachte, der trifft dich, der Feuerball. Ich bin unfehlbar. Das ist falsch. Ich bin nicht zu treffen, genauso. Kannst du das mal sagen. Die wollen wir gleich drücken. Die smash einfach drauf. Wie soll immer passiert? Wie viel Punkt darf ich denn? Ich habe weniger. Du hast fünf weniger. Ja. Tatsache. Fünf. Wir können ja langsam mal mit den Endkämpfen anfangen, oder? Ja. Mit den Endkämpfen? Ich hab keine Ahnung, was der gerade ausgesprochen hat. Na, ganz toll. Ich krieg' natürlich den Weiblich. Jetzt werden wir erstmal perfekt ein Schild machen. Einmal, zweimal, noch nur. War der Gruß. Oder auch noch nicht, weil er nicht. Groß war. Oh, der ist ein Lützscheiße. Oh. Ich krieg' ja schon wieder. Er kriegt nie mein Mord. Das ist gut. Jetzt wird's gut. Ja, der kommt ja gleich. Dann war das gerade wieder. Die Endkämpfe verliert erst mal ihre Verrücke. Einmal Headbang und so. Hier kommt ja gerade alles hoch, oder was? Was war das denn? Null Prozent. Ah. 13 Prozent. Instant. Puh. Immer fast schon wieder fast umbringen. Ja, aber es ist auch mal scheiße. Ich mag den nicht. Ja, aber vorhin hat das vorhin funktioniert, wie sie mir nicht wahr. Aber... Da könnte ich immer abwehren danach, nach dem Ausweichen. Ich hab eigentlich den Selbstwertsmashen abbekommen. Und jetzt? Einfach schon wieder umbringen. Toll, das liegt nicht drin. Jetzt muss ich mich jetzt zusammenreißen hier. Also umbringen. Jetzt wäre ich schon gekommen, dass ich dreimal umbringen. Das zählt schon fast drei Leben einfach nur. Ja, ach, ich muss eigentlich das zu tun. Aber da muss ich mich jetzt mal umbringen. Das ist nicht wahr. Diesmal umbringen. Das ist ja noch mal umbringen. Es ist ja noch ein paar Paarства und das sind nicht wahr. Das ist ja auch nix. Das ist ja nicht wahr. Das ist ja auch nix. Es ist ja noch ein paar, weil wir das sind. ich will die immer greifen und mancher fällt das zweimal das ist doch der beste besender überhaupt ja ich auch zweimal nein ich habe mich fast verzeugt was bin ich an einmal anders gemacht einmal anders schon gewonnen das sind auch stimmt das war nein ja da rein hast du problem problem den fernseher nicht meiner schule meine internet ich habe es nicht ich habe es nicht hoffe ich machen das war übelst cool an den weh und auch mal gemacht und einfach nur noch mal zu treffen und geschafft bei dir grüßchen kann es nicht extra extra lang ich merke das m rein machen oder ein big ein schweb gewicht zum link der gar nicht gestern schon fast gebraucht wenn dann nehme ich dich mit in den tod ist meine runter warum nicht ich will hochgreifen was soll denn das immer schnellste wind ich will wenigstens das erste leben machen das ist einfach angriffe die immer treffen das schwert ist schon weg zu deiner information ich habe das schwert gewechselt mein laufangriff hat ja nicht das andere da und jetzt weiß wieder Oh! Okay, na. Abschnittsgeschenk Also so Sun Death müssen wir schaffen Gleichzeitig sterben Das wäre geil Was mache ich hier? Und getroffen Ich weiß nicht was gegen den Konter Ich habe ein Schwert Ah, nee, konnte ich eine Schwester ausmachen Oh, scheiße Hast du gedacht, ich sterbe, ne? Das habe ich auch gedacht Jetzt bin ich aber auch sterben Das können die noch machen Das schaffst du auf keinen Fall Vergiss es Wetten hier überall Wetten, wetten Okay, das könnte doch mal was werden Ich gerade echt Einfach mal Nicht mehr treffen Oh, das war's Jetzt bin ich im Arsch Ja, helf mir nicht dort Darain hat schon mal gute Chancen Selbst bei Radis Das ist ja quasi drei Schritte voraus Drei Ich kriege immer zuerst aufs Maul Oh ja, Samus Samus Auf keinen Fall so gut wie da rein Wenn du Schaden nimmst Kriegst du nicht irgendwie irgendwas Ja, das hat du doch zum Beispiel Und den Weg Das Haus läuft ja jetzt gerade echt Richtig geil Der hat ja von mir noch nichts gemacht Wie ist das Ziel kannst du nicht falsch rummachen Richtig geil Ah, kannst du springen, okay Dass du in meinem Grappelbeam-Beg warst Du bist viel Ah, ich hätte auch schon mal geschafft Ja, hier ist auch noch die Spitze Genau Weg dann Ja, was Ja, genau Da war nichts dran eigentlich Nochmal die Spitze Klar Ich verliere ja übelst dein Leben Geht's erstmal fair werden Ja, dein Arm ist einfach nur länger Mit deinem Schwert Dein Arm ist länger Weil ich nie jemanden getroffen hab Weil dein Schwert länger ist als mein Arm Und dann nochmal durch die Spitze gestorben Leider keiner drinnen nehmen Ja, kann ich nicht machen Wollen wir mal zurückgehen Mir wäre das jetzt egal gewesen Aber es ist anders Weil dabei auch großes